will ich sie nach Kaer Morhen bringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Hm, ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Chalmar! Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja, ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück. Sprich mit Harmar. Machen wir das. Die haben es ihm gezeigt. Haben ihm den Bauch aufgeschlitzt. Die gehen der Arme raus. Da ist er doch. Mahlzeit Schiffe. Wie steht's, Geralt? Ich brauche Hilfe in Verteidigung von Kaer Morhen. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ankreids je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Abgeschlossen. So, was ist das jetzt? Waffenbrüder Novigrad. Sprich mit. Hoch und Sultan. So, müssen wir uns auf den Weg nach Novigrad machen, ne? Ich will mit ihm da sprechen. So, jetzt. Bist du an einer Waffe interessiert? Jedes Stück hier hat seine eigene Geschichte. Ich möchte... Ich habe hier ein Schema. Kannst du mir etwas anfertigen? Bärenarmenbrust. Bärenarmenbrust. Ja. Sind wir noch ein bisschen zu niedrig für... 34... 25, die haben wir schon an, war. 30, 29. 26 haben wir nichts, war. Ne 27. Aber er kann das nicht. Macht sowieso Schwert, aber. Aber. Ja, 27 brauchen wir noch ein bisschen hin. So, wir haben hier Stufe 11, 6, 20, 9, auch 29. 17, 39, 34, 22, 25. Hier haben wir an. 30, 29, ja. Hier haben wir noch was. 27. Nein, 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 26 haben wir hier auch. 28. Ja, 26 hätten wir da. Haben wir den hier schon? Ja. Machen wir noch was anderes. Gräber, aber die Stufe des Handwerkers ist zu niedrig. Okay. Also ein Schwert hätten wir. Ja, gut. Ein Schwert hätten wir. Normales. Was haben wir hier. Was haben wir hier? Dumm-di-dum-dum-dum-dum. Dumm-di-dum-dum-dum-dum. Ich habe ein Schwert, okay. Hier 27, ich habe noch eins. Schwert, der Skulltel. Oh, nein, 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 nein. Was anderes haben wir aber nicht, ne? Ne. Hier auch nichts. Ja. Wiedersehen. Ciao. Komm mal ab hier. Ja, dann gucken wir mal. So nach Novigrad reisen. Und uns noch andere Verbündete holen. So, da ist Novigrad. Aber wo? Kein einziger Jahr angezeigt. Das ist mir verarschen, oder was? Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexe, wenn keine Basilisken, Waldstraße oder Riesen in der Nähe sind? Nichts. Ein Eis backen. So, gehen wir hier mal raus. So, hier rein. Weil normalerweise wird das doch hier auf der Karte angezeigt, oder? Oh, ich sehe nirgends wo einen gelben Punkt. So, wir einfach nach Novigrad reisen, oder was? Anscheinend. Machen wir das einfach mal. So. Äh, wir gehen einfach mal hier hin. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja. So schnell kann das gehen. Ich bin immer gespannt. Was passiert? Warum uns nichts anzeigt? Müssen wir die jetzt noch so separat suchen, oder was? Bei Hexer-Ausrüstung ist die Herstellung nur der erste Schritt. Diese Gegenstände können auch verbessert werden. Alles verhökern. Dann ein legendärer Schwert und dann, das hilft mir aber auch nicht mal was. Leider. Leider nicht. Leider nicht. So. Bitte freuen um Unterstützung. Kampf gegen die Wilde Jagd. Geh nach Skellige. Ziemlich verarschen. Skellige kommen wir gerade. So. Hol die Wilde Jagd ist so leid. Aber schon mal einen. Der ist direkt hier. Da ist er. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kermor hinweisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die Wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich. Und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kermor. Wiesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Sehr schön. So. Andere ist nur 250 Meter entfernt. Tja. So bin ich. So geil bin ich. Da kann ich nichts machen. Novi Grad. Die Scherben. Gehen wir mal nach Dijkstra. Bei uns auch noch hilft. Dann noch Roch. Gucken, ob der uns auch noch hilft. Gibt ja gut was. Jo. Gefummelt wird nicht. Ich fummelt. Ich fummelt immer. Das macht Spaß. So. Da ist er. Die Wilde Jagd. Ich brauche Hilfe im Kampf gegen sie. Ich wusste nicht, ob ich dich fragen sollte. Ich bin mir immer noch unsicher. Aber was soll's. Ich brauche deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Sehr interessant. Erzähl. Die Wilde Jagd wird bald Kermorhen angreifen. Das ist sicher. Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen. Die Wilde Jagd. Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst. Das ist kein Schwachsinn. Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Tut mir leid, Geralt. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück. Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen übrig. Ich schulde dir also einen Dreck. Ja. Nicht von dir, dass du mir hilfst. War ein Dreck. So, du wolltest ja nicht mehr mehr Hilfe. Aber egal, scheiß drauf. Ja, wir müssen sowieso woanders hin. Also. Gehen wir mal nach Roche. Roche. Roche Gonzales. So. Der ist hier hinten. Ja. Dann haben wir noch Nilfgaard, ne? Gucken wir, was wir da zusammen kriegen. Vorhin stand da doch noch irgendwie beendet Nilfgaard, ne? Ich habe mich da nicht getäuscht. Alle schon tot oder weg. Na, 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 na. Roche kann uns bestimmt gut helfen. Hexer können nicht die Pocken kriegen. Wir können gar nichts. So. Laser. Ich brauche deine Hilfe in der Verteidigung von Kermorhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kermorhen. Sehr nice. Hexer, das hat unserer Truppe noch gefehlt. Sprich mit Emyre war Emyreis. Wir bezahlen für ein freies Temerien. So. Hexer können nicht. Gehen wir mal nach.